Ich erklage keine von deinen Eröffnungsnummern mehr. Was habt ihr daran wieder auszusetzen? Sie sind so scheißlich. Ja, was hast du denn heute Abend? Wahrscheinlich einen chinesischen Gorilla, der Ballettkampf. Abgesehen davon, ich bin eure Meckerei live. Was würdet ihr denn als Eröffnungsnummer bieten? Ja gut, ich tritt hier halt eure Folge hier an. Weil letzten Endes spielt ihr, dann können sie nur mich und meine Frau. Oder meine Frau und ich spielen heute. Na wer weiß, vielleicht haben wir endlich mal Glück. Ja genau, vielleicht ist ja die Show für heute gestrichen. Also folgendes, die Show ist für heute gestrichen worden. Das Witze erzählen einfach sein lassen. Ich kann doch genauso gut wie euch. Soll mir du gehen oder bleiben? Warum soll ich es anders machen als jede andere Woche auch? Ich habe für die Einsatzkarten gutes Geld bezahlt und das werde ich auch absitzen. Jawohl. Die Karten kosten aber nicht so. Naja. Aber ich sag dir schon, das ist überbezahlt. Jawohl. Ja, habe ich meiner Frau gesagt, dass die Show von Woche zu Woche besser wird. Ja, sag sie doch gleich zu mir. Ja, weil meine Sehkraft nachlässt. Ja. 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 Ja.